Am 15. Oktober 2011, vereint in unserer Vielfalt, vereint für globale Veränderung, fordern wir globale Demokratie. Ich bin 83 Jahre alt. Ich bin nach Deutschland gekommen, in der Hoffnung, Politiker zu überzeugen, aufzuhören, nach dem Mund zu reden. Von meiner Machthaberin Jerusalem, die nur auf Krieg und Gewalt orientiert sind und nicht auf den Frieden, er hat verwirklicht einen Traum, den ich seit 40 Jahren habe, so eine Veranstaltung in Deutschland zu sein. Es gibt ein Deutschland, das ich liebe. Um zu sagen, es gibt ein Deutschland, das ich liebe. Das Deutschland, was ich liebe, ist hier anwesend und kämpft gegen Kapitalismus. Das Deutschland, das ich liebe, ist hier anwesend. Wer verfrieden ist, wer gegen Kapitalismus ist, wer gegen Kapitalismus ist, Der soll für Freiheit für alle Völker sein. Der soll für Freiheit für alle Völker sein. Und was mich anbelangt, ist mir sehr wichtig, die Freiheit für das palästinensische Volk. Ich bin in Deutschland bekannt bei vielen Freunden, die mich nennen, der Widerständler mit der Mundharmonika. Der Widerständler mit der Mundharmonika. Warum? Weil ich habe von palästinensischen Kindern ein Mundharmonika als Geschenk gekriegt, als Dankbarkeit, dass ich mich einsetze für die Rechte auch für die palästinensischen Kinder. Die Rechte von allen Menschen und von allen Menschen, die wollen leben in Würde und Ehre und Wohlstand und Freiheit. Wir wollen alle leben in Würde und Ehre und Freiheit. Ich kann, wenn ihr wollt, ich weiß, es wird, ich kann euch versuchen, ein Ständchen zu spielen. Kannst ihr mit mir mitsingen? Das Deutsche. Ich bin in der Nähe von 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 der Nä Und jetzt, wir wollen Frieden für die ganze Welt.